So meine Freunde, es geht weiter. Ich bin Let's Play Final Fantasy X. In der letzten Folge haben wir hier in der Donnerstippe die Blitze. 200 Blitze ausgewichen, so, das wollte ich sagen. Ja, und auf jeden Fall, als wir denen ausgewichen sind, haben wir uns Preis. Ich kann das hier mal zeigen, den Mars-Siegel bekommen. Dieses Siegel ist für Lulus Waffe. Ja, kann man ja schon sehen. Wir sind ja sieben Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, finden uns noch drei Marken. Und, 1, 2, 3, 4, 5 Siegel. Oh Gott. Äh, zum Flugschiff. Wir gehen jetzt wieder... ...wo anders hin. Wenn ich gerade überlege, wohin. Wir können jetzt erst zum Jemen-Dom und uns da die Fraktura-Kiste holen. Ähm, Jemen-Dom. Was ist überhaupt hier drin? Wenn ich den Ruin von Senna kennt. Hier, wir gehen! Und von Ruin von Senna kennt aus dann zum... ...de-de-de-de-de-de-de. Ja. Das ist natürlich jetzt doof, dass wir den ganzen Weg da haben. Aber zumindest kann der Monster-Waffe. Wir können aber so durchlaufen. Wir haben ja nur Monster-Ability an. Wir können aber so durchlaufen. Das ist ja nicht schlimm. Ach ja. Meine Musik passt richtig schön hier zu dieser... ...zu dieser kaputten Stadt. Das heißt, es steht hier halt fort. Ein kaputter. Richtig kaputt. Richtig kaputzki. So. Na, gehen wir mal. Hier rein. Oh, die letzte Kiste. Ach, das ist ja noch ein längerer Weg. Müssen wir noch hier lang? Okay, der Weg ist schon länger. Ich bin ja schon mal froh, dass hier keine Monster auftauchen. So. So. Und nun? Oh, unser letztes Siegel. Damit wir unsere Bestien bekommen. Wo wäre es? Was ist denn? Was ist denn hier? All diese Probleme zu kommen, nur um zu finden, zu finden, zu verhinden? Well, viel passiert. Du solltest wissen. Da ist nichts mehr Final Summoning. W-W-W-Wat das heißt? Hey, wir haben ein Plan, okay? Und dieses Plan wird funktionieren? Es muss sein. Also, du sagst, es ist jetzt alles in deinen Händen. Okay, du machst was du möchtest, wie du möchtest. Ich warte mal auf meine Zeit. Es ist egal, wer das D macht. Aber bist du sicher, dass du da bist? Du schaust einfach. Wir werden den Sinn bekommen. Oh, ich bin sicher, dass du das möchtest. Bartolo, bitte? Präsentiert er erst mal seine Muskeln. Ach nee, dieser Bartolo. So. Ja, hier ist unsere Aufgabe, weiße Quadrate erscheinen zu lassen. Ist ja mein... weiße... weiße Quadrate, genau. Es ist der, der und der hier. Natürlich noch hier in dem Raum. Äh, was muss denn der sein? Das sind wir hier schon. Söle. Okay, was auch immer. Das wollte ich gar nicht. Und der. Und der. Ähm... Und der. Okay, das war er schon. Und der ist... Fraktura. ... Und den schmeißen wir hier rein. Und da ist die letzte Kiste. Magisterstab. Wir haben das letzte Siegel gebrochen. Gucken wir mal gucken was Magisterstab ist. Das ist ja wahrscheinlich für Yuna. Der P-Verbrauch 50%. Eigentlich nicht schlecht ne? 50% wahrscheinlich weniger. Alles andere würde erstmal keinen Sinn machen. Wieso? Dann müssen wir zurück. Und dann gehen wir nochmal. Hier haben wir den Tempel bei... Ego... G... Und... Wir holen uns unsere Belohnung ab. So, kommen wir erstmal auf das Waffenpool. Das ist auch hier unten. Lortzwiebel. Wenn wir jetzt mal Lortzwiebel bekommen. So, dann... Hier drinnen. Ein geheimer Tempel. Ah, müssen wir die ganzen Siegel nochmal aktivieren. Das war mal so lange da mal los. Das war der Blitztempel. Das sieht zumindest so aus. So, von den Effekten her. Das könnte der Eistempel sein. Evel. Evel. Das war einer der Witzte. Und hier, das könnte... Pesade oder Pesade sein. Und Pesade ist, glaube ich... Das ist hier, wo wir Ifrit bekommen haben. Ja, ist auch immer noch. Auf jeden Fall ist der Siegel gebrochen. Und wir können hier rein. Pesade oder Pesade sein. Du bist Maester Seymour's mother. So, you know. Yet still, you seek my aid. My son. Do you not hate him? It is all right. He is the one who sowed the seeds of hatred. He is to blame. Aber ich bin der Fehler für ihn zu werden, was er war. Er war immer allein, halb Guado, halb Mensch. Ich wollte ihm die Kraft, um zu leben zu sein. Und so bin ich eine Hoffnung. Aber weil ich ihn liebte Kraft, er begann für mehr. Er war nicht glücklich mit meinen Aeons. Er wollte mehr, mehr Kraft. Und er hat Schmerzen gefunden. Ja. Ja. Komm, Summoner. Ich werde dir mit meinem Macht bestowieren. Die Dark Aeons, Anima. Destroys Sin. Und meine Sonne mit ihm. Das war eine kleine Recompense für was ich ihm getan habe. Ja. Fühle den Schmerz. Fühle den Schmerz. Fühle den Schmerz. Jetzt mal ein Trophäe für bekommen. Und das war es dann hier. Jetzt haben wir schon mal Anima. Schon mal ganz gut. Gut. Jetzt zurück an die Oberfläche. So. Wohin gehen wir als nächstes? Ich muss mal kurz überlegen. Und wenn. In Guadala, in Guadu Salam gibt es noch, dazu, was zu holen? Wollen wir ja nicht machen. Hier geht's! Hier geht's! Und zwar... Das, 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 das... Die Marke für Lulus Waffe. Warum bist du in Gordosalam? Was hast du hier? Willst du etwas anfangen? Wenn du dich schützt, einen alten Mann nicht schützt, dann schütze mich, schütze mich nicht. Huh? Herr Seymour ist weg. Kein Herr kommt, um seinen Platz zu nehmen. Die Gordos nur warten, um die Sinnen zu kommen und uns zu Ende. Warum sollte ich mich interessieren, was du mit mir tun würdest? Oh... Wenn es bedeutet, Herr Giskul und Herr Seymour zurückzuziehen... Wenn du meine Hände auslösen würdest, wäre das größte Kindheit. Was? Was? Töten? Wieso? Was? Nein! Habe ich doch gar nicht vor! Ich habe nur vor, wenn ich das jetzt finden würde... War das nicht hier oben? Was? War das hier? Weiß es nicht mehr. Ich bin jetzt nicht hier hoch ins Abyssum... Ja... Ja... No... So... Wir? Hammer, alter Mann... Hier ist die Marsmarke! Ich habe beide Sachen. Jetzt haben wir für Tais und für Lulu beide Sachen. Wer ist es? Kein Problem. Entschuldigung. Nein, es ist nicht deine Schuld. Warum bist du nicht hier? Könnte ja gut sein. Aber gut. Wir machen dann weiter. Jetzt haben wir uns das Siegel geholt. Jetzt wollen wir uns an die Marke. Was ist hier? Ja. Zum Flugschiff. Als nächstes. Geht es dann. Portakillica, Luca. Mierenstraße. Ruin von Mieren. Illumino. Ähm. Heyha, here we go! Jena ist einmal zur stillen Ebene. Hm. Da kann man noch mal ein, zwei Sachen machen. Da kann man noch mal zur Sanobiawüste. Da kann man auch noch was machen. Für Riku Wir Waffen holen Der freut er sich So, hier ist mal Tidos Ultima Waffe Die ist nämlich Hier Was ist denn hier runter für Was Hä Okay Ich hab ja keinen Zutritt Ich weiß aber nicht wieso Okay, verstehe ich jetzt nicht Hm So Gehen wir noch zum Monster Farbe, scheint ja auch noch eine Kiste Die können wir uns aber holen